war das mal den 35 football pick your team case break nummer zwei teams sind auf der rechten seite dank an alle fürs mitmachen hier we go late night break hier am sonntag abend okay also ihr könnt alles sehen boxen sind alle drauf viel glück jungs starten wir mal okay also hier ich muss mal gucken was wir als nächstes posten ich glaube ich habe noch ein bisschen hinterher wir haben tj hawkinson jersey für die lions auf 199 gold melvin gordon wir haben auch 390 dammarino die wollte der frank unbedingt da hat er sie gelohnt nick falls für die eagles wir haben base auf 199 für die browns nick job insert emmett smith für die cowboys und mikhail harry rpa für die patriots im ersten case geht es hier los mikhail harry für die patriots rpa marius oh und gold raste banners die für die steelers anlässlich nicht gold ist die normale terry bradshaw pittsburg steelers wir haben auf 25 jonathan abram für die raiders 25 25 von 25 von 25 äh seal of approval ham newton und auf 50 Quandre Diggs für die Lions. Wow. PCT Mojo. Quandre Diggs. Und Devontae Adams für die Packers. Wir haben Base. Und auf 35 Andrew Luck für die Colts. Die hat Christian. 35 Seal of Approval. Andrew Luck. Gold Team ist Ezekiel Elliott. Auf 450 ist Julio Jones für die Falcons. Insert Raise the Banner ist Barber. Dann haben wir Calvin Ridley Jersey. Jumbo Jersey. Auf 290 für die Falcons. Die hat Thomas. Aaron Rodgers für die Packers. Wir haben auf 190 Emanuel Butler für die Saints. Von Miller für die Broncos. Und das war's für die erste Box. Box. Is it for now? Oh. Oh. erste RPA für die Patriots. Box Nummer 2. Für alle, die im Giveaway mitmachen, also in dem Gewinnspiel in der Football-Gruppe, das zählen nur die Football-Teams, die ihr genommen habt, natürlich. Das random mache ich irgendwann die Woche, ich muss leider kurzfristig ein bisschen unplanen für die Woche, ich bin die ersten drei Tage und ich sehe auch meine Tochter, weil meine Frau nicht da ist und deswegen könnte es ein bisschen dauern, wahrscheinlich Mitte der Woche erst. Wenn ich alles schaffe, mache ich es morgen, ansonsten jetzt Mitte der Woche, also kein Grund zur Sorge. Jetzt könnt ihr euch noch eintragen, wir haben 250 Punkte, random am Ende des Breaks. Tom Brady Diamonds für die Patriots. Wir haben Baker Mayfield für die Browns. Auf 450 TJ Watt für die Steelers. Wir haben Mr. Tom Brady für die Patriots. Und Josh Jacobs. Ich habe mich aus dem letzten Breakort getan. Ich habe gedacht, wir hätten die RPA von ihm gezogen, aber das war ja gar nicht er. Deswegen habe ich gedacht, das wäre eine gute RPA gewesen. Naja. Saquon Barkley für die Giants. Wir haben Gold auf 25. Dejounte Thompson für die Cardinals. Payton Manning. Und New Generation Jersey Andy Isabella für die Cardinals. Wir haben Insert Aaron Donalds für die Rams. Auf 3,99 ist Kellen Winslow für die Chargers. Und wir haben Mike Evans für die Buccaneers. Und wir haben Mike Evans für die Buccaneers. Weiter geht's. Auf 99 ist Joe Flacco für die Broncos. Big Ben für die Steelers. Wir haben TJ Hawkinson. Wow. RPA auf 199. Lions loaded bisher. Dritter Hit für die Detroit Lions. Schöner Start. Wenn man die Lions mag. Future Rookie of the Year. Packers. Brett Favre für die Packers. Sag ich ja schon. Wir haben auf 3,99. Terry Goodwin für die Panthers. Zach Ertz für die Eagles. Das war's für Box Nummer 2. Auf Box Nummer 3. Und gucken wir, was geschrieben hat. Okay. Box Nummer 3. 250 Punkte gibt's am Ende des Breakdowns. Tricks. Maum mehr random unter allen Teams. Vielleicht kommen wir noch ein paar dazu. Außer es sind 10.000 Punkte, ne? Die Nehme. 15.000 Punkte, ne? Entschuldigung. Das war's. drei kommt jetzt. Good luck. Here we go. Wir haben, raise the banner, John Elway für die Broncos. Wir haben Philip Lindsay für die Broncos. Dann haben wir auch 199. Zach Thomas für die Dolphins. Patrick Petersen für die Cardinals. Wir haben Minka Fitzpatrick. Jersey auf 290. Gibt es hier eigentlich auch als Patches? Ich habe noch keinen einzigen Patch mehr als ein Case gehabt. Antonio Brown. Wir haben auf 399. Josh Oliver für die Jags. Wir haben raise the banner für die Rams. Kurt Warner. Und New Generations. Nicole Hartman Jr. für die Chiefs auf 199. Adam Viniatieri für die Colts. Auf 450 ist Devontae Parker für die Dolphins. und Namar Jackson für die Ravens. Oh, Gold Auto ist Justin Watson für die Tampa Bay Buccaneers. Auf 25. Tampa Bay Buccaneers. Gold Auto. Die Bucks hat Martin. Zach, schon gelohnt. Der Spot. Auf 50 ist Adrian Petersen für die Redskins. Wir haben Gold Team John Elway für die Broncos. Und RPA ist Gary Jennings Jr. für die Seahawks auf 499. Und die hat Chris. Chris hat die Seahawks. Okay. Leider kein schöner Patch, aber Eli Manning. Ähm, geht ja nicht immer, ne? Auf 299 Dexter Williams. Die Seahawks haben eh ihre eigenen Patches. Wir haben immer dieses andere Jersey. Derrick Henry. Das war Box Nummer 3. Alright. Box Nummer 4. Ich weiß nicht mehr, ob jetzt die Köder. starten wir mit drei bäts ja Oliver für die Bills Auto auf 149 Buffalo Bills hat Oliver Auto 149 Buffalo Bills Rookie Redskins ist der John Riggins und auf 35 Peyton Manning für die Broncos Peyton Manning für die Broncos auf 35 geht an Torben Erase the Banner weiter geht's mit Khalil Mack für die Bears wir haben auf 199 DeAndre Hopkins für die Texans Josh Allen für die Bills und AJ Bouyer auf 299 für die Jaguars Merlin hat die und Roger Staubach wir haben auf 299 für die Bills Oliver wir haben Rays the Banner Troy Aikman für die Cowboys und New Generation Benny Snell Junior Patch auf 99 das erste Mal dann habe ich eben davon geredet und schon hast du den Patch für die Steelers Steelers hat Dennis wir haben Baker Mayfield auf 450 Phillip Rivers für die Chargers Base parallel und Patrick Mahomes für die Chiefs dann haben wir auf 299 Chris Spellman für die Lions wir haben Gold Team Carson Wentz Eagles und Ryan Finlay für die Bangles RPA auf 499 die Bangles hat Christian Ryan Finlay soll ganz gut sein habe ich gehört Sehen wir dann wenn die Saison dran ist und der mal spielt Erase the Banner ist Jerome Bettis für die Steelers auf 399 Rodney Anderson für die Bangles und Drew Brees für die Saints jetzt nächste Box jetzt kann ich die ein bisschen rüber schieben aber hier sind wir jetzt die-rüber-schin-decken-decken-deckern Hammere Ich bin da, wie ich bin da, wie es ist soll, bis er sind ich bin, dass ich alles nicht sane schwer so viele Leute machen haben wir so viele Leute machen wir und ich bin da, wie es weiß, dass ich bescheiden ich bin, wenn ich so viel Spaß mit denen und ich bin, damit 3, wenn ich jetzt schnell dass ich da, wie ich mich da, wie ich mich Nächste Box, für Glück, wir haben, raise the banner, add a reed für die Ravens, dann haben wir Dak Prescott Cowboys, wir haben auf 99 Mike Evans für die Bucks, Diamond ist Josh Kittle für die 49ers und AJ Bouye auf 75, sollte wohl ein Patch sein vermutlich, für die Jaguars, leider nur einfarbig, Tiki Barber für die Giants, wir haben auf 290 Travis Homer und Alvin Kamara für die Saints, New Generations Nicole Hartman Jr. für die Chiefs nochmals, das zweite Mal das für die Kriegen, wir haben Devin Hester für die Bears, auf 450 Cooper Cup für die Rams und insert ist T.Y. Hilton für die Colts, oh hier ist das Auto, das ist Carolina Panthers, Brian Burns auf 149, der Brian, der Burns, so richtig, ist on fire, wenn der Burns. wir haben noch 35 Stefan Diggs für die Vikings, Patrick Holm Gold Team und RPA ist Irv Smith Jr. auf 290 Minnesota Vikings. Und die Vikings hat Michael, das ist direkt noch ein Parallel auf 35 hinterher. Russell Wilson, wir haben auf 199 Josh Oliver für die Jags, wir haben AJ Green für die Bangles und nochmal 3 Bays. Boss Nummer 6. helpful, zwei, drehen wie bei Fastball zu geben, wir haben nächste box viel glück wir haben texans karen higden auf 149 auto für die houston texans und sebastian weiter geht's mit kurt warner für die rams wir haben vinya terry für die colts baker mayfield jersey of 2.99 für die browns gold team is patrick mahomes of 190 is a little john humphrey für die saints wir haben raised raised the banner russell wilson will greer new generation jersey für die panthers wir haben a.j green für die bangles auf 450 kirk cousins für die vikings raise the banner ed reed für die ravens dann haben wir auf 190 saquon barkley für die giants uh domar jackson ravens und auf 50 ist peyton manning für die colts für der blind sie für die broncos und terry mclaurin rpa für die redskins auf 99 leider der folge redskins hässchen wollten wir doch haben mit terry mclaurin trotzdem für kerstin wunsch patrick peterson für die cardinals auf 399 draymond jones und antonio brown gold team für die raiders all right hälfte haben wir durch wir suchen noch einen big hit hier ne guten whoopie hälfte haben wir für die kaufmurin oder haskins für die schiener legend der marina von brady weiter geht's mit Peyton Manning Colts wir haben noch 450 Mark Ingram für die Ravens wir haben einen Matt Ryan insert für die Falcons und David Montgomery für die Bears RPA auf 499 Montgomery für die Bears die Bears hat Kastner hier wir auf 499 weiter geht's mit Todd Gurley für die Rams auf 299 ist Troy & Williams für die Bengals Gold Team ist Trubisky für die Bears wir haben Zach Allen Auto auf 50 für die Cardinals Zach Allen Arizona Cardinals auf der falsche McCaffrey für die Panthers und insert ist recordbreaker Sildanian Tomlinson für die Giants wir haben auf 399 Dan Fouts für die Chargers wir haben Garrett für die Browns McCaffrey wow geiler Patch für die Panthers Christian McCaffrey sehr cool schöner Patch gefällt mir Christian McCaffrey Kerstin schon wieder nice ich stelle mal hier hin weil er so schön ist weiter geht's mit Deion Sanders wir haben auf 399 Dean und Terrell Davis wir haben Marquise Brown Jersey für die Ravens auf 199 wir haben Jerry Rice für die 49ers und auf 190 Joey Bosa für die Chargers weiter geht's 5 Wochen haben wir noch auf hier wir go wir haben Melvin Gordon für die Chargers wir haben auf 190 Sonny Michel für die Patriots raise the banner is Nick Folt für die Eagles dann haben wir Damian Harris Jersey für die Patriots wir haben Baker Mayfield für die Browns auf 290 Rasha und Gary für die Packers Steve Young für die 49ers Myles Boykin Jersey für die Ravens Matt Ryan für die Falcons auf 450 Davante Parker für die Dolphins und Thor Gurley für die Rams wir haben auf 399 James Harrison für die Steelers Gold Team ist Ezekiel Elliott hier ist die RPA gucken wir mal gleich machen wir ein bisschen spannender Ron Leigh Barber für die Buccaneers wir haben auf 199 Ben Banogu Aaron Rodgers und wir haben 400 Punkte also nochmal Punkte erstmal von Miller und 400 Punkte für gleich am Ende des Breaks RPA geht an kommen wir was Gutes Rams Daryl Henderson LA Rams auf 99 die hat Marius 4 Boxen noch 4 Boxen noch 3 Boxen noch 5 Boxen noch 6 Boxen noch Pedagogik 8 Boxen Miflim 5 Boxen letzten vier boxen kommen emm smith für die cowboys wir haben auf 199 new anderson ist ein bisschen folie ab wie man sehen kann unten schwer zu erkennen die das weiße für die bears wir haben eine terry bradshaw und auf 399 at read für die ravens andrew lock und rpa kommt nur fans für die broncos auf 490 wie wird der pick war fan unter den ersten zehn nur fans broncos ich weiß gar nicht sehr kurz wir haben auf 399 sack allen für die cardinals watson für die texans und emmanuel hall auf 149 für die bears auto cousins und calvin johnson megatron all right patch auf ne jersey auf 190 ist the wayne haskins für die redskins leider brauchen wir davon lieber die rpa wir haben auf 450 odell beckham browns wir haben marcus mariotta doug baldwin jersey auf 299 für seahawks ray lewis ravens wir haben auf 199 christian miller für die panthers big ben das war's die box Das war's. Alright nächste Box, direkt die RPA hier und die geht an Easton Stick und die Chargers auf 2,99€ Easton Stick und die Chargers Josh Allen für die Bills auf 25€ Rock Yasin für die Colts Stauber Wir haben Danny Shelton für die Patriots auf 149€ Danny Shelton für die Patriots ist Marius Auf 25€ für die Colts ist Christian Wir haben Troy Aitman für die Cowboys Wir haben Baker Mayfield auf 2,99€ Armstead für die Jags Gronkh und Daniel Jones Rookie Jersey für die Saints Wir haben Luke Kuesli für die Panthers auf 4,50€ ist Tyler Lockett für die Seahawks Wir haben Jerry Rice für die 49ers Dann haben wir auf 199€ Julio Jones für die Falcons Patrick Mahomes für die Chiefs Karl Rudolph Jersey für die Vikings Wir haben Matt Ryan für die Falcons auf 2,99€ Dan Marino für die Dolphins Khalil Mack für die Bears Ah, jetzt zwei Boxen haben wir noch Komm schon, wir brauchen gute RPA Also sich hängen hier fatten, wir brauchen keine Schrauben sch'Tals ig Wir haben einen Schrauben und wir brauchen noch einen Schrauben Som einen Schrauben an also zwei boxen noch schauen wir mal wir haben eine neue generation aj brown für die titans auf 299 wir haben kelsey für die chiefs und antonio brown auf 25 für die raiders aaron rogers für die packers wir haben juju smith schuster auf 450 wir haben julio jones v falcons und rpa hakeem butler nein das ist der falsche man carlos hakeem butler wir haben eric dickerson auf 599 minchu jj watt texans und andy isabella wow zwei rpas in einer box beide für die cardinals und beide der falsche rookie na toll crazy jerry goff wir haben builds jersey devon singletary wir haben lawrence taylor für die giants und james connor für die steelers auf 199 randy moss wir haben derrick carl jumbo jersey für die raiders wir haben jets wow ist das die erste karte für die jets joe nameth unglaublich auf 99 für die texans ist karen higden und wir haben patrick nachholms für die chiefs zwei art hier ist in einer box und beide vom gleichen team das muss man auch mal schauen und keins davon es gibt drei rookies und zweimal der falsche ok letzte box kommen da brauchen wir diesen killer hit ok Frank sagt jetzt kommt Marino. Dann sag ich jetzt kommt Tom Brady. Ich sehe jetzt kommt keiner von bei ihm. Das ist Frank schuld. Here we go. Mike Evans. Falsch rum? Oh, 50 für die Buccaneers. Wir haben Charles Woodson. Wir haben Chris Goodwin auf 450 für die Bucs. MS Smith für die Cowboys. Und Redemption. Wer weiß, vielleicht ist was Gutes, hoffentlich. Saquon Barclay. Auf 2,99 ist Jalen Hurd. Ramsey für die Jacks. Wir haben Michael Hartman Jr. Auto auf 9,99 für die Kansas City Chiefs. Geht an Matze. Tom Brady. Darius Slayton auf 199 für die Giants. Aaron Rodgers. Lerner Fournette. Auf 99 für die Jacks. Und Keenan Allen. Redemption haben wir noch. Lamar Jackson haben wir hier. Jumbo Jersey für die Ravens. Ich weiß nicht wer Redemption ist. Auch nicht bei den Rookies. Vielleicht von den Giants. Ich weiß es nicht. Daniel Jones vielleicht. Auf 3,99. Phil Clamp für die Lions. Wir haben Aaron Rodgers für die Packers. AJ Brown für die Titans nochmal. Die ist nur die normale. Steelers ist Juju. Alright. Wir haben noch eine Redemption. Das sollte eine RPA sein, aber wir hatten keine. Ich bin gespannt. Hoffentlich ist es was Gutes. Viel Glück Jungs. Letzte Hit This Case. Football. Certified. Freshman Fabric. Mirror Signatures. 221 ist. Paris Campbell schon wieder für die Colts. Mein Geheimdruck für die Saison. Ein Rookie. Immer noch. Indianapolis Colts kriegen noch eine Redemption am Ende. Wow. Dann war es leider, so wie ich sagen muss, ein Scheiß Case. Ich sag das jetzt einfach mal so. Zumindest was die Big Hits angeht. Wir haben noch zweimal Punkte, die verlose ich jetzt unter allen Teams. Ich gucke hier in die Liste der Teams. Also viel Glück Jungs. Im Bildschirm wechseln. Here we go. Snake Eyes Revolve. Sieben haben mich mal durch. Top 2 gewinnen. Erster Platz kriegt 400, 2 zu 250 Punkte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Wir haben die Buccaneers 400 und die Broncos 250 Punkte. Glückwunsch an die Gewinner. Wir machen kurz ein Recap. Ich war leider nicht zufrieden mit dem Case. Ich weiß nicht was ihr denkt. Irgendwie hat der Big Hit gefehlt. So wie im ersten Case eigentlich. Also ich fand es jetzt schlecht. Paris Campbell für die Colts RPA. Wir haben Michael Hartman Jr. für die Chiefs auf 99. Antonio Brown auf 25. RPA Andy Isabella für die Cardinals auf 490. Nochmal für die Cardinals Hakim Butler auf 490. Dann hatten wir auf 25. Rock Yassin für die Colts. Wir hatten Danny Shelton für die Patriots auf 149. RPA auf 290. Elton Stick für die, äh Eastern Stick für die Chargers. Dwayne Haskins Jersey auf 199. Wir hatten Emanuel Hall auf 149 für die Bears. RPA für die Seahawks. Gary Jennings Jr. Wir hatten RPA für die Rams. Daryl Henderson. Dann hatten wir Zach Allen auf 50 Autos für die Cardinals. Wir hatten Montgomery für die Bears RPA. Und RPA für die Redskins. Terry McLaurin. Wir hatten Auto für die Texans. Higdon auf 35. Von Dix. RPA für die Vikings ist Earth Smith Jr. Dann hatten wir für die Panthers. Brian Burns Auto. RPA für die Bengals. Ryan Finley. Bennys Jr. Patch auf 99 für die Steelers. Dann hatten wir Peyton Manning auf 35 für die Broncos. Ed Oliver auf 149 für die Bills. Wir hatten Justin Watson auf 25 für die Bucks. Deontay Thompson für die Cardinals auf 25. Andrew Locke auf 35 für die Colts. Dix auf 50 Autos für die Lions. Und Jonathan Abrams auf 25 für die Raiders. Und dann hatten wir noch RPA für die Lions auf 199. T.J. Hawkinson. Wir hatten RPA für die Patriots auf 299. Ja, 299. Kiel Harry. RPA Noah Fenn für die Broncos auf 499. Und ein normaler Patch noch auf 25 für Christian McCaffrey und die Panthers. Das war's für den Break. Danke an alle fürs mitmachen. Hope's the next time another. Peace.